und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ihr seht also heute ist ja der neue brawl pass gekommen die neue season und ich habe hier schon ein bisschen quests gemacht und werden das heute alles öffnen und dann habe ich noch in der vorherigen season habe ich noch eine große box und das werden wir dann öffnen erstmal aktivieren wir den brawl pass 3 2 1 und zack der neue brawl pass aktiviert ich habe nicht plus 9 stufen gemacht weil ich will die anderen gems für den nächsten brawl pass dann aufheben okay dann würde ich mal anfangen also ja da ist er okay dann fangen wir mal an mit dem brawl boxen okay dann öffnen wir mal die box nichts ok jetzt gehen wir dann dann machen wir die ganzen brawl boxen können gleich mal upgraden es wird halt ich mache halt immer so kleine box openings ok ich ziehe hier gar nichts nichts ok komm bitte aus der mega box 6 3 2 1 und go nichts schade jetzt haben wir aber noch ähm byron power 8 das finde ich cool ja dann würde ich mal sagen das war es mit dem video das gerne mein abunden leichter und ja dann schau ja